Diese Woche erscheint einer meiner absoluten Lieblings-Vampir-Horror-Filme, nämlich The Lost Boys in einer 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook-Edition. Zum einen, es erscheint aber noch eine Ultimate Collectors Edition. Diese hatte ich mir in Italien vorbestellt, da war das Ganze zuerst gelistet, inklusive deutscher Tonspur. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich da ein Exemplar erwischt hatte. Leider wurde mir die Bestellung aber storniert, so erging es auch ein paar anderen Leuten. Und deswegen hatte ich mir aber das Ganze in Deutschland nicht mehr vorbestellt gehabt. Hier ist auch alles längst vergriffen. Ab und zu kommt es noch immer wieder zu einer Bestellmöglichkeit, aber die habe ich leider immer verpasst. Das Steelbook selbst hatte ich zuletzt in München auf der Filmbörse in der Hand gehabt, aber mir hat es einfach diese Ultimate Collectors Edition angetan. Als Fan dieses Films möchte man natürlich die bestmöglichste, umfangreichste Edition in seiner Sammlung haben. Und deswegen werde ich hier noch ein bisschen im Ausland gucken und auch bei uns natürlich in Deutschland und vielleicht auf einer Filmbörse werde ich das Ganze mal entdecken. Man braucht ja auch noch ein paar Ziele sozusagen, aber dennoch hätte ich es natürlich gerne diese Woche in der Hand gehalten. Aber für alle, die eine Edition erwischt haben, denen drücke ich die Daumen, dass dann alles zu Hause auch wohl behalten und ganz ankommt, ohne irgendwelche Dellen und Macken. Also, soviel einmal zu The Lost Boys in der Ultimate Collectors Edition. Dann haben wir hier auch noch Poltergeist in der Ultimate Collectors Edition, sowie ebenfalls in einer reinen Steelbook Edition. 4K Ultra HD plus Blu-ray. Auch hier sind beide Editionen längst vergriffen. In Deutschland, auf der Filmbörse in Nürnberg hatte ich hier die Ultimate Collectors Edition in der Hand, aber ich bin jetzt nicht so der allergrößte Fan von Poltergeist und deswegen habe ich das Ganze dann mal da gelassen. Ich mache einfach Jagd auf The Lost Boys und mal gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwo Glück. Dann machen wir weiter mit Mediabox. Und zwar Turbine Medien veröffentlicht Flucht aus Absalom in drei verschiedenen Cover-Varianten. Und hier waren die Cover-Varianten, zwei Stück davon, recht schnell vergriffen, obwohl die Limitierung dieser 4K Ultra HD plus Blu-ray Edition inklusive HDR und Dolby Vision, ja, die Limitierung war sehr hoch angesetzt, zumindest bei Cover-Variante A, die wir hier vor uns sehen. 1000 Exemplare ist aber im Turbine-Medium-Shop recht schnell ausverkauft gewesen, genauso wie eine weitere Cover-Variante. Man sieht, der Film hat ziemlich viele Fans, zu Recht, denn ich finde den Film auch heute noch einen richtig geilen Streifen. Braucht ihn jetzt nicht unbedingt in 4K, aber für Freunde des Films ist es doch eine geile Sache. Dann machen wir weiter mit Adams Family. Und Cape Light Pictures veröffentlicht diesen Film ebenfalls in einer 4K Ultra HD plus Blu-ray-Media-Book-Edition inklusive HDR und Dolby Vision. Außerdem haben wir hier den Extended Cut sowie den Original Kino Cut in 4K Ultra HD und das ist doch jetzt richtig geil. Dann machen wir weiter mit Ultra Force 2. Cynthia Rothrock und Michelle Yeo hier in einer sehr schicken Mediabook-Edition. Davon erscheinen drei verschiedene Cover-Varianten. Ich habe mich jetzt hier für Cover-Variante A entschieden. Die ist aktuell noch verfügbar bei Amazon zu einem Preis von 36,99 Euro. Das ist schon richtig happig. Also da muss man schon Hardcore-Fan des Films sein, um sich das Ganze zu dem Preis in die Sammlung zu holen. Erscheinen soll das Ganze ab dem 7. Oktober. Und hier haben wir dann noch Cover-Variante B. Und dann haben wir hier noch Cover-Variante C. So schaut das Ganze aus. Vielleicht wartet man da ein bisschen ab. In der Vergangenheit hat man ja gesehen, dass es hier auch durchaus zu ein paar Angeboten kommen kann. Amazon hat ja noch einen Angebotstag, besser gesagt zwei angekündigt für Mitte Oktober. Und vielleicht ist ja da etwas dabei. Beim letzten Prime Day waren ja hier einige dieser asiatischen Mediabooks reduziert gewesen. Wir machen weiter mit Tödliches Kommando. Da haben wir eine 4K Ultra HD plus Blu-Ray-Media-Book-Edition von Leo9. Das Cover finde ich persönlich gar nicht schlecht. Klar wird es jetzt Leute geben, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ist wie immer Geschmackssache. Ich finde es eigentlich ganz okay. Bedenken sollte man dabei nur, dass es sich wieder um ein etwas kleineres Mediabook handeln wird. Dann haben wir noch Männer der Gewalt von Wicked Vision Media. Der Film erscheint hier auch wieder in drei verschiedenen Mediabook-Editionen. Hier haben wir Cover-Variante C limitiert auf 333 Exemplare und gibt es aktuell noch zu bestellen. Unter anderem auch im Verleihshop. Außerdem hat dann noch Colors of Entertainment hier wieder einiges an Mediabooks angekündigt. Und was ich so witzig finde, ist, dass hier Martial Lore mit Cynthia Rothrock eben angekündigt wird in verschiedenen Mediabook-Editionen Teil 1 und Teil 2. Und falls ihr meine Blu-Ray-Shopping-Touren im Müller verfolgt habt, dann habt ihr auch gesehen, dass ich hier die Keepcase-Varianten schon längst in den Regalen gefunden habe mit eben so Krause-Artworks. Da waren die Keepcase-Varianten auch limitiert auf 1000 Exemplare und es war so ein bisschen der Vorreiter, um uns zu zeigen, du pass mal auf, hier erscheinen mit Sicherheit ein paar Mediabooks mit diesen Cover-Artworks. Und ja, jetzt ist es dann ab dieser Woche soweit. Außerdem noch sehr viele andere Filme in unzählig vielen verschiedenen Cover-Varianten, aber die sehen wir uns dann einfach mal live vor Ort in einem der nächsten Blu-Ray-Shopping-Touren im Müller von mir an. Dann hätten wir noch Acquired Place 2 Movie Collection 4K Ultra HD und Blu-Ray ist auch mit dabei. 39,99 Euro ist schon wirklich happig. Zum 6. Oktober soll das Ganze erscheinen. Also hier würde ich definitiv dazu raten, falls Interesse daran besteht, einfach mal hier ein paar Wochen warten. Das Ganze fällt mit Sicherheit relativ schnell im Preis. Genauso wird es sich mit Happy Death Day 1 und 2 verhalten. Hier haben wir eben eine Blu-Ray-Edition, einen Blu-Ray-Doppelpack 1999. Das geht noch, aber ich bin mir auch sicher, dass hier ebenfalls der Preis relativ zeitnah fallen wird. Als nächstes haben wir Lucky. Der Terror kommt nachts und der Film orientiert sich an eben Happy Death Day 2 U oder und täglich grüßt das Murmeltier. Hier geht es um eine Frau, die immer wieder von einem Typen zu Hause überfallen wird. Sie erlebt das immer und immer wieder in so einer Art Zeitschleife auch. Und sie versucht dann natürlich im Verlauf des Films die Hintergründe dafür herauszufinden, warum sie sich in so einer Situation befindet und wie sie sich eben aus dieser Situation befreien kann und wie sie auch diesen Killer mit dem Hammer hier zur Strecke bringen kann. Die Bilder sehen jetzt eigentlich recht interessant aus und ich mag ja so Zeitschleifenfilme und finde das auch mal eine ganz coole Variante. Orientiert sich wie gesagt an Happy Death Day und dem Film werde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben. Freigegeben ab 16 Jahren. Das heißt jetzt nichts Besonderes, denn Happy Death Day ist zum Beispiel freigegeben ab 12 Jahren. Dann wissen wir, dass es da eigentlich auch ganz gut abgeht und viel brutaler müsste so ein Film eigentlich auch nicht sein. Also mal gucken, was uns hier erwartet. Dann hätten wir noch die Wendeltreppe. Den Film hatte ich schon in den Vorbestellertipps angekündigt. Ein recht interessanter Film, wo wir uns im England Anfang des 20. Jahrhunderts befinden und da werden in kurzer Zeit drei Frauen ermordet. Eine Haushälterin hier, die ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit hatte, seitdem stumm ist, befürchtet die nächste von diesen Mördern zu sein, also auf seiner Todesliste zu stehen. Und so erlebt sie hier im Haus, nachts in so einer Villa, ja durchaus ein paar schreckliche Erlebnisse. Filmjuwelen wird dir diesen Film veröffentlichen, inklusive Wendekover und auch einem Booklet, also eine recht interessante VÖ. Dann machen wir weiter mit Adrian Brody in Clean. Der hat am Drehbuch mitgeschrieben, auch mitproduziert und sogar auch die Musik teilweise hier komponiert. Also das ist doch mal eine spannende Sache. In dem Film, ja, geht es um die typische Story von einem Ex-Gangster, der früher eben ein paar krumme Geschäfte gemacht hat. Ich vermute mal, dass er als Cleaner gearbeitet hat, denn in dem Film trägt er den Namen Clean und da hat er eben dieser Vergangenheit abgeschworen, arbeitet jetzt für die Müllabfuhr und da gerät eines Tages seine Nachbarin und deren Sohn in Bedrängnis von ein paar Gangstern. Denen kommt er dann zu Hilfe und zieht sich natürlich den Unmut dieser Gangster auf sich und muss dann zurück zu alten Wurzeln und Fähigkeiten kehren, um sich gegen diese Typen zu wehren. Also die typische Geschichte, aber ich mag Adrian Brody und denke mal, den Film kann man durchaus mal eine Chance geben. Genauso verhält es sich mit Indemnity, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die Jagd nach der Wahrheit. Da geht es um diesen jungen Mann hier, der eines Morgens aufwacht und seine Freundin tot im Bett neben ihm liegen sieht, auffindet. Die Polizei ist aber schon da. Er flieht natürlich, beteuert seine Unschuld und findet sich dann gehetzt von Halbkapstadt. Er hat hier wieder auch noch verfolgt von ein paar Polizisten und so versucht er natürlich dahinter zu kommen, was denn überhaupt der Grund für diese ganze Sache ist. Sieht auch nach einem soliden Action-Thriller aus. Ich finde, solche Filme kann man sich immer mal angucken, muss sich da aber jetzt nicht unbedingt eine Blu-ray kaufen. Da kann man durchaus mal warten, bis das in einem Programm von irgendwelchen Streaming-Diensten aufgenommen ist. Vielleicht mal ein Fall für Pfand für Movies. Ja, das kann durchaus sein. Aber auch da ist der Stapel bei mir schon mittlerweile richtig hoch und da widme ich mich jetzt speziell diesen Monat erst mal den Horrorfilmen und dann geht es auch wieder mit normalen Filmen wie solchen Action-Thrillern weiter. Dann haben wir noch einen recht interessanten Film mit Alicia Silverstone, nämlich Bad Therapy und hier geht es um ein älteres Ehepaar, das eben so eine Eheberatung aufsucht. Doch die Therapeutin scheint einen komplett anderen Plan zu verfolgen, als die beiden wieder zusammenzubringen, denn sie bringt die beiden erst am Rande ihr des Wahnsinns sozusagen und irgendwann beschließen die beiden dann, aber gemeinsam gegen die Therapeutin vorzugehen. Klingt aber so, als wäre genau das der Plan von der Therapeutin gewesen. Ich weiß es nicht genau. So zumindest die Inhaltsangabe. Wer da Bock drauf hat, kann sich eben den Film ab dieser Woche dann ins Heimkino auf Blu-ray und DVD nach Hause holen. Genauso verhält es sich auch mit Career, DVD mit Hindernissen. Ja, da spielen sehr viele Stars mit. Den Film habe ich ja jetzt auch schon bei den Vorbesteller-Tipps einmal näher vorgestellt. Unter anderem haben wir hier Keanu Reeves und Katie Holmes mit dabei. Da geht es um die verschiedensten Personen, die an die Schule ihrer Kinder zusammenkommen, um eben über ihren Beruf und Karriere zu sprechen. Natürlich hat der eine mit der anderen ein Verhältnis, von der die andere aber wieder nichts wissen darf. Auch ein paar von den Kindern stehen hier aufeinander. Da können sich die Eltern aber nicht wirklich riechen. Und so kommt das eine dann zum anderen. Also mal gucken. Wie gesagt, ab dieser Woche dann auch verfügbar. Meine schrecklich nette Familie, wollte ich schon sagen, meine schrecklich verwöhnte Familie ist dann eine französische Komödie. Und ihr wisst es, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, ich mag solche Komödien aus Frankreich. Und hier haben wir dann einen Familienvater, einen ziemlich reichen Familienvater, der seinen Kindern, seinen verwöhnten Kindern, mal eine Lektion erteilen will. Und möchte, dass die endlich mal lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und so behauptet er, dass er pleite ist und von den Behörden verfolgt wird, damit die Kids dann endlich lernen, hier sich selbst durchzuschlagen, ohne das Geld vom Papa. Also es könnte durchaus eine witzige Komödie sein. Dann haben wir noch der Rebell-Bobbele von Leimen nach Wimbledon. Hier haben wir eine Biografie sozusagen über das Leben von Boris Becker. Wie wir das hier lesen können, finde ich jetzt auch nicht schlecht und mit Sicherheit durchaus interessant. Kann man sich mit Sicherheit auch einmal in Ruhe anschauen. Veröffentlicht von Filmjuwelen, Fernsehjuwelen hier unten. Und zu guter Letzt haben wir noch Fantasy Mission of Force hier auf Blu-ray. Der Film erscheint hier dann auch dieser Woche. Spielfilm circa 90 Minuten. Da dürfte es sich um die Hongkong-Version des Films handeln. Es gibt noch eine um 10 Minuten längere Japan-Version des Films. Das kennen wir ja von diesen asiatischen Filmen ähnlich wie auch bei Police Story 1 und auch 2. Aber wirklich einen wirklichen Mehrwert, muss man sagen, bieten die Filme dann oder speziell diese Versionen und Szenen nicht für Komplettisten. Ja und Liebhaber ist es natürlich interessant. Aber ansonsten, glaube ich, kann man mit der Version des Films auch seinen Spaß haben. Und das soll es dann auch gewesen sein mit einer Auswahl an Blu-ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls Spaß. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Und Servus. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.